Hi, das soll eine Videoreihe über die grundlegenden Bedienungen des macOS Betriebssystems werden. Startet ihr euren Mac, landet ihr auf dem Schreibtisch, wie ihr hier seht. Unten zu sehen ist das Dock mit den Verknüpfungen, die ihr euch zurechtgelegt habt. Kommen wir zur Mission Control. Ihr habt hier einen Überblick über eure Schreibtische und könnt leicht einen zweiten hinzufügen. Mischt ihr mit einem Finger nach rechts oder links, könnt ihr zwischen den Schreibtischen umherschalten. Weitere Schreibtische könnt ihr nach Belieben hinzufügen oder entfernen, wie ihr dort seht. Wischt ihr nun nach links, kommt ihr zum Dashboard mit euren kleinen Widgets. Die könnt ihr nach Belieben platzieren, hinzufügen oder entfernen. Mit einem Wisch nach links oder rechts, je nachdem wie ihr dies eingestellt habt, kommt ihr wieder auf euren Home-Bildschirm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 1 2 3 4 4 4 6 6 7